Horoskop für heute, vage, 17. September 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Ideen eröffnen Ihnen heute neue Welten und die Ansichten anderer können Ihr Leben bereichern. Sie sind im Moment weitsichtig, aber auch in der Lage, Details auszuarbeiten, was eine starke Kombination ist. Mit den vielfältigen Transiten von heute können Sie Pflichten mit persönlichen Interessen oder Dienste für andere mit persönlichen Plänen in Einklang bringen. Wahrscheinlich werden Sie auf clevere Weise beides kombinieren. Es ist eine Zeit, in der man anderen im Zweifelsfall vertrauen kann, aber Sie sind auch in einer Position, die Ihnen die Möglichkeit gibt, unabhängig oder hinter den Kulissen zu arbeiten, und Sie können sich geistig klar und konzentriert fühlen. Ein nützliches Gespräch oder besondere Überlegungen über die Vergangenheit oder private Angelegenheiten können eine große Rolle spielen. Es kann heilsam sein. Sie könnten stattdessen die losen Enden einer Angelegenheit abschließen oder verknüpfen. Öffnen Sie Ihr Herz. Das Universum ist jetzt kosmisch ausgerichtet. Während Ihr planetarischer Herrscher, die süße Venus, durch die Himmel wirbelt, wird Sie sich über ein Spinnennetz mit dem majestätischen Jupiter verbinden, dem Geber der Wunder, der Ihnen jetzt aus einem anderen Zeichen über den Himmel zulächelt. Das könnte Ihnen plötzlich das Gefühl geben, dass all Ihre Träume in Sachen Liebe, Leidenschaft und Leben wahr werden, aber zuerst müssen Sie sich selbst da draußen zeigen, um zu wissen, dass Sie es wert sind. Wenn Sie in einer Beziehung sind, wird es eine synergetische Magie geben, die Sie und Ihren Partner zusammenzieht. Wenn Sie Single sind, können Sie damit rechnen, dass Sie eine Seelenverwandtschaft finden oder sogar mit einer Zwillingsflamme tanzen. Wofür werden Sie sich entscheiden? Es kann eine schwierige Entscheidung bezüglich Ihrer beruflichen Verpflichtungen anstehen, da Mars im Krips im Quadrat zum Nordknoten im Widder und zum Südknoten in Ihrem Zeichen steht. Normalerweise ziehen Sie Frieden und Harmonie der Konfrontation vor. Eine berufliche Vereinbarung funktioniert jedoch möglicherweise nicht wie erwartet. Es könnte Probleme mit der anderen Partei oder Frustration bezüglich der Verantwortlichkeiten geben. Ganz gleich, was die Unannehmlichkeiten sein mögen, es wäre hilfreich, wenn Sie das Problem direkt angehen würden. Die Auseinandersetzung mit dem Problem wird eine Herausforderung sein, aber es wird Ihnen helfen, Ihren weiteren Weg in Bezug auf Ihren Karriereweg zu finden. Die aktuelle Planetenkonstellation zwingt Sie dazu, Ihr Leben aus einer gesunden Perspektive zu betrachten. Sie könnten an einem Plan arbeiten, wie Sie Ihr Leben in den nächsten 25 Jahren leben möchten. Sie müssen sich bemühen, Ihre Gesundheitsentscheidungen bewusst zu treffen, denn Ihr Körper ist die Struktur, in der Sie leben. Geben Sie sich selbst alle Hilfe, die Sie brauchen, um herauszufinden, was in Bezug auf Ernährung und Bewegung am besten für Sie ist und schaffen Sie ein Gleichgewicht, das Ihr Wohlbefinden steigert. Heute können Sie eine Situation konkreter gestalten und in Ihrem Berufsleben mehr Gewicht gewinnen. Scheuen Sie sich nicht, die Ärmel hochzukrömpeln, aber vermeiden Sie es, schlampig zu sein. Sie müssen Verantwortung für Ihre Entscheidungen übernehmen und sich ein wenig mehr auf die Menschen einlassen, mit denen Sie zusammenarbeiten. In Ihrem Gefühlsleben werden Sie die Qualitäten einer Ihnen nahestehenden Person entdecken, die Sie bisher eher gleichgültig gelassen hat. Vielleicht können Sie sich sogar vorstellen, mit ihr eine Beziehung einzugehen. Ach, es ist schön, die verborgenen Schätze der Menschen, die Ihnen nahestehen, zu entdecken. Es ist von Vorteil, wenn sich der Mond am Wochenende in einem lustigen, verspielten, romantischen und kreativ aufgeladenen Teil Ihres Horoskops befindet, insbesondere da dies sein einziger Besuch ist, während Venus, der Planet der Liebe, des Verlangens und der Anziehung, in der Waage steht. Die Anwesenheit des Mondes fällt mit Venus zusammen, die einen freundlichen Aspekt zu Jupiter in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops bildet. Diese Ausrichtung bringt alle drei himmlischen Einflüsse am Wochenende zusammen. Infolgedessen erzeugt sie positive Energie auf der spielerischen, kreativen und abenteuerlichen Seite des Lebens, wobei Glück und die Gesetze der Anziehung im Spiel sind. Während der Mond alle vier Wochen in ihren romantischen Sektor zurückkehrt, machen es die romantisch aufgeladenen Mondschwingungen von heute einfacher, einen freundlichen Aspekt zwischen Venus, dem Planeten der Liebe in der Waage, und dem glücklichen Jupiter in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops zu erfassen und anzunehmen, gerade als dieser seinen Höhepunkt erreicht. Dies bringt den Geist von Romantik und Abenteuer zusammen und schafft eines der romantischsten Wochenenden des Jahres. Täglicher Planetenüberblick Haben Sie schon einmal eine Entscheidung in Frage gestellt, bei der Sie sich einmal so sicher waren? Es ist ganz natürlich, sich zunächst sicher zu fühlen, was Ihre Entscheidungen angeht, besonders wenn alles perfekt zu laufen scheint. Sie können sich den Weg, der vor Ihnen liegt, vorstellen, sei es in einer Beziehung, im Beruf oder bei einem persönlichen Ziel, und im Moment fühlt es sich richtig an. Doch mit der Zeit schleichen sich Zweifel ein und Sie beginnen, zu viel nachzudenken. Manchmal weiß man einfach nicht, wohin einen die eigenen Entscheidungen führen, bis man sieht, wie sich alles entwickelt. Es ist in Ordnung, sich unsicher zu fühlen. Es ist Teil des Wachstums- und Entdeckungsprozesses. Haben Sie schon einmal auf eine Situation zurückgeblickt, in der Sie unsicher waren, nur um später festzustellen, dass alles auf eine Weise geklappt hat, die Sie nicht vorhersehen konnten? Vertrauen Sie darauf, dass dies einer dieser Momente sein könnte. Gönnen Sie sich die Gnade, die Zukunft sich zu Ihrer eigenen Zeit offenbaren zu lassen. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass man Dinge nicht erzwingen kann, bevor Sie bereit sind. Manchmal wollen wir etwas so sehr, dass wir zu sehr darauf drängen, nur um dann festzustellen, dass es uns nicht so erfüllt, wie wir es uns vorgestellt haben. Wenn Sie etwas hinterherjagen, das nicht ganz Ihren Bedürfnissen entspricht, ist der heutige Tag eine Erinnerung daran, innezuhalten und neu zu bewerten. Ist es wirklich das, was Sie wollen, oder klammern Sie sich aus Gewohnheit oder Angst vor Veränderung daran? Geben Sie sich die Erlaubnis, Dinge loszulassen, die Ihnen nicht dienen, und Sie werden vielleicht feststellen, dass sich Ihnen neue, bedeutungsvollere Möglichkeiten bieten. Apropos neue Möglichkeiten, Sie werden wahrscheinlich von frischen Ideen und unkonventionellen Vorschlägen umgeben sein. Es ist, als würde das Universum eine Tür aufstoßen und sagen, sehen Sie sich all diese Möglichkeiten an, auch wenn die alten Methoden oder vertrauten Wege in der Vergangenheit für Sie funktioniert haben, ist es eine gute Idee, sich alle Optionen offen zu halten. Die Menschen um Sie herum bieten Ihnen möglicherweise Perspektiven, die Sie vorher nicht in Betracht gezogen hatten, und diese Erkenntnisse könnten Ihnen helfen, die Dinge in einem völlig neuen Licht zu sehen. Hat Sie schon einmal jemand auf eine Verbindung oder Möglichkeit hingewiesen, die Sie übersehen hatten, und Ihre Herangehensweise dadurch völlig verändert? Mit dieser Art von Energie arbeiten Sie heute bleiben Sie offen, denn was unkonventionell erscheint, könnte der Schlüssel zu etwas Erstaunlichem sein. In finanzieller Hinsicht sieht es gut aus. Sie haben ein gutes Gespür dafür, wie Sie verhandeln und Ihre Ressourcen optimal nutzen können. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit selbst kleine Gelegenheiten in etwas Größeres verwandeln konnten? Heute könnten sich mehr Türen öffnen, insbesondere wenn es darum geht, neue Kontakte zu knüpfen. Diese neuen Beziehungen könnten sich später als wertvoll erweisen, also nehmen Sie sich die Zeit, sie zu pflegen. Vertrauen Sie in finanziellen Angelegenheiten Ihrem Instinkt. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, werden Sie es wissen und mögliche Fehltritte vermeiden können. Letztendlich geht es heute darum, das Gleichgewicht zu finden. Sie befinden sich in einer starken Position, um mit Anmut und Zuversicht voranzukommen, aber es ist auch ein Tag, um nachzudenken, neu zu bewerten und für das Unerwartete offen zu bleiben. Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der Sie dachten, Sie hätten alles im Griff, nur um dann durch eine überraschende Gelegenheit oder Erkenntnis Ihre Richtung völlig zum Besseren zu verändern? Das könnte heute der Fall sein. Ich würde gerne Ihre Meinung hören. Gibt es Entscheidungen, die Sie in letzter Zeit in Frage gestellt haben? Wie gehen Sie normalerweise mit Momenten der Unsicherheit um? Lassen Sie uns ein Gespräch beginnen und uns gegenseitig durch die Höhen und Tiefen des Lebens begleiten. Schließlich meistern wir diese Situation alle gemeinsam, und manchmal kann es unglaublich ermutigend sein, einfach zu wissen, dass man mit seiner Erfahrung nicht allein ist. zwischen der Führung der Beziehung zu verlassen sind, sowas auf Leibungen der Tatj untuk ber Reden und Tiefen des Lebens begleiten.